Was ist denn der Reu von deiner Mutter? Wenn ich es als Marke verstehe, dann ist das, als Mutter oder als Marke habe ich eine gewisse Verantwortung. Sie hat mich geboren, sie hat mich entwickelt, sie war mein größter Influencer. Lange, lange Zeit. Sie hat alle Geduld dieser Welt mit mir gehabt und ich habe eine sehr, sehr enge Beziehung zu meiner Mutter. Ich hoffe, jeder hier. Und darum geht es genau. Es geht darum, um Beziehungen. Und der Reu von Facebook und Co. ist die enge Beziehung zu Kunden und Stakeholdern. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Diese beiden Herren haben auch eine sehr enge Beziehung zueinander. Siegfried und Reu. Siegfried-Modell heißt, ich muss sehr, sehr stringent und konsequent sein. Egal, was ich mache, auch im Social Media, ich muss das Ganze auf ein Ziel verfolgen. Ich muss meine Vision, meine strategischen Ziele berücksichtigen und das Ganze konsequent weiterführen. Eine gute Idee ist nur dann gut, wenn sie auch gut umgesetzt werden kann. Und am besten wäre es noch, wenn es eine eigene Idee wäre und nicht einfach eine Kopie. Und das kommt immer wieder häufiger vor. Man kann sich ja inspirieren und Ideen adaptieren. Das ist ja keine Frage. Aber eigene Ideen entwickeln, das ist die große Herausforderung im Bereich Social Media, um sich dort entsprechend auch zu platzieren. Da muss ich ganzheitlich denken. Es bringt nicht Social Media als eigenen Kanal zu sehen. Social Media ist wirklich eine Querschnittsfunktion. Im Unternehmen betrifft alle möglichen Bereiche, ob das HR, PR, Marketing ist, auch intern Ressourcen. Das ist Recht ganz viel. Das ist Infrastruktur, IT, Marktforschung und so weiter. Ich muss mir ganz, ganz klare, feste Ziele setzen und auch deren entsprechenden KPIs definieren, um mein Ziel zu erreichen. Diese KPIs können sehr mannigfaltig sein. Im Social Media haben wir jetzt mal zusammengetragen, in der Fachgruppe Social Media im Bundesverband haben wir ungefähr 1200 neue KPIs im Bereich Social Media. Da muss ich das Ganze rigoros messen, analysieren und optimieren. Kontinuierlich, Social Media verändert sich genauso, wie Facebook sich dauernd verändert. Wenn jemand auf Facebook entwickelt, der wird fluchen, weil jede Woche, wenn man gerade mal eine Schnittstelle fertig hat, kommt schon wieder die nächste Änderung rein. Und da gibt es ein Tool von Adobe, das ich einfach mal als Empfehlung mitbringe. Das heißt Adobe Social. Und das kann in Verbindung mit dem Catalyst wirklich sehr, sehr viel bieten, was das Cross-Channel-Tracking angeht. Und am Ende des Tages, und deswegen ist mein Bereich eher der Earned and Owned Teil, geht es um das, dass ich Inhalte durch meine Beziehung generieren lasse. Das heißt, durch meine Menschen, mit denen ich in Kontakt stehe, dass sie mir Inhalte und Reichweite produzieren. Und das soll mein Ziel sein. Dadurch kann ich dann auch entsprechend sehr, sehr erfolgreich werden. Und am besten ist es natürlich noch, wenn ich mein eigenes Unternehmen durchdringe und die von innen heraus es schaffen, diese Inhalte und unsere Visionen als Unternehmen dann nach außen zu tragen. Also Social Media ist ein People-to-People-Business und deswegen muss man sich da entsprechend geduldsam mit auseinandersetzen. Und es gibt einen Spruch von Facebook zum Abschluss, der ganz spannend ist, Done is better than perfect. Das heißt, Social Media ist so neu, dass man erstmal es tun sollte und gucken, ob das funktioniert, bevor man klassisch in Deutschland Overengineering betreibt, alles durchplant und dann das Time-to-Market nicht schafft, weil sich der Markt schon wieder komplett verändert hat.